Ja, liebe Freunde und liebe Brüder und Schwestern, ich freue mich heute noch mal hier sein zu dürfen zu diesem Thema Sekten erkennen und beurteilen oder auch was sind Sekten und was sind nicht Sekten, was sind Freikirchen oder Kirchen. Das ist ja die Unterscheidung, die oft nicht richtig wahrgenommen wird von vielen bis hin zu Regierungen, wo die Enquete-Kommission des Bundestages vor einigen Jahren Freikirchen munter in einen Topf mit Sekten geworfen hat, ohne das noch richtig zu unterscheiden. Deshalb wollen wir heute auch Kriterien erarbeiten miteinander und betrachten, wie wir unterscheiden können zwischen Kirchen, Freikirchen, Sekten, auch um das richtig zu beurteilen. Ich möchte auch vorausschicken, dass wir, wenn wir den Begriff Sekten verwenden, er ist ja heute nicht so populär, niemand diskriminieren wollen, muss man heute auch immer dazu sagen, ihr wisst ja vom Freitag-Vortrag her. Ja, aber es ist auch wirklich so, wir wollen nicht über die einzelnen Menschen urteilen, sondern nur über die falschen Lehren. Und der einzige Maßstab, das werde ich noch ausführlich begründen, ist die Heilige Schrift. Nicht unsere Meinung, nicht Sympathie oder Antipathie, sondern es geht allein um die Frage, wie steht es im Verhältnis zur Heiligen Schrift, zur Bibel. Zu Beginn möchte ich lesen einige Verse aus der Heiligen Schrift, aus dem zweiten Petrusbrief, Kapitel 2, wo auch der Begriff Sekten oder Heresien, Heiresis vorkommt. Es heißt hier in 2. Petrus 2, ab Vers 1, es waren aber auch falsche Propheten unter dem Volk, wie auch unter euch sein werden. Falsche Lehrer, die nebeneinführen, werden verderbliche Sekten und verleugnen den Herrn, der sie erkauft hat und werden über sich selbst herbeiführen, eine schnelle Verdammnis. Hier sehen wir schon, wie ernst das ist. Ja, wenn wir einen falschen Glauben haben, einen Irrglauben, dann blüht uns die Verdammnis. Möge Gott schenken, dass wir den richtigen biblischen Glauben haben. Und es heißt weiter, und viele werden nachfolgen ihrem Verderben. Um welcher Willen wird der Weg der Wahrheit verlästert werden? Nicht wenige, viele werden den Verführern, den falschen Propheten, den falschen Christus und den Sektengründern nachfolgen. Wenn wir heute so schauen in unsere religiöse Landschaft, Sekte über Sekte, wo man hinschaut. Ja, es ist also erschütternd. Und auch wir müssen aufpassen, dass wir nicht verführt werden. Und dann heißt es noch, das ist auch so ein Kennzeichen in Vers 3, und durch Geiz mit erdichteten Worten werden sie an euch Gewinn suchen. Geiz, Gewinn sucht, Guruismus mit Geldgier verbunden. All diese Phänomene begegnen uns auch ganz typisch bei vielen Sekten. Und dann heißt aber so tröstlich auch, welchen das Urteil von lange her nicht säumig ist und ihre Verdammnis schläft nicht. Tröstlich sage ich, weil wir wissen dürfen, Gott wird diesem Spuk ein Ende machen. Sein Gericht steht bereit über alle Verführer und auch die Blinden, Blindenleiter. Und auch, wir wollen auch für solche Menschen beten, solange sie noch hörbereit sind. Ja, auch da haben wir noch einen Auftrag, aber uns auch nicht verkämpfen. Wir haben den Auftrag zu missionieren, zu evangelisieren. Und Gott ruft auch immer wieder einzelne Menschen, hat auch mich berufen, uns auch mit diesem finsteren, belastenden, negativen zu beschäftigen. Es ist nicht jedermanns Auftrag. Und vor allem, wenn wir ins Gebiet des Okkulten hineinkommen sollten, gilt es auch vorsichtig zu sein. Denn die Sekten kommen ja letztendlich alle aus einer finsteren Quelle. Sie haben eine dämonische Inspiration, die Begründer, egal wie sie nun heißen. Und diese Quellen müssen wir prüfen und uns davon fernhalten. Nun aber möchte ich systematisch dieses Thema entfalten. Ich werde zunächst mit uns betrachten, die Frage, was ist eine Sekte? Also der Begriff Sekte, was das eigentlich heißt. Dann auch den Begriff Sondergemeinschaft im Unterschied dazu. Dann etwas ausführlicher auch die Frage betrachten. Sekten, Kirchen, Freikirchen, wo liegen die Unterschiede? Unterschiedliche Sekten-Definitionen aus der Wissenschaft auch miteinander betrachten. Die sind ja wirklich sehr unterschiedlich, werden wir noch sehen. Ja, zum Teil geradezu absurde Definitionen, aber das wollen wir auch mal hören, weil viele in unserer Bevölkerung das auch so sehen. Und dann aber die entscheidende Frage, was sind Sekten aus biblischer Sicht? Und wie warnt uns die Bibel, die Heilige Schrift, Gottes Wort vor Sekten? Und schließlich als letzter Teil dann, wie können Sektenmitglieder frei werden? Wie können wir ihnen das rettende Evangelium bezeugen? Und was müssen wir beachten, wenn wir im Gespräch mit ihnen stehen? Zunächst also, was ist eine Sekte? Der Begriff Sekte stammt aus dem Lateinischen und es gibt zwei mögliche Sprachwurzeln. Entweder Sequi, das heißt jemandem folgen, nachfolgen, einem Führer oder Guru, einem Meister. Und der zweite Begriff auch aus dem Lateinischen, Sekare, da kommt der Sektor her. Ja, etwas ausschneiden, etwas herausbrechen, etwas aus dem Kuchen, ein Stück herausschneiden. Das ist keine Sekte, aber ein Sektor aus dem Kuchen. Aber man fragt ja auch nicht, willst du einen Sektor Kuchen essen, ja? Aber das ist dieser Bereich, dass man, und das heißt, dass man nur einen Teil herausschneidet aus der Heiligen Schrift. Einen Teil der Wahrheit nimmt und ihn dann vermischt mit Irrtum. Und Verführung heißt ja immer Vermischung von Wahrheit und Irrtum. Von echter Lehre und falscher Lehre. Wenn es nur alles gelogen wäre oder falsch wäre, da würde niemand drauf hereinfallen. Aber weil es halt, ja, so schön verbrämt ist mit einer Teil Wahrheit, dann werden viele verführt. Ich denke persönlich, dass beide Begriffe den Begriff Sekte begründen können, dass beide Begriffe einander ergänzen. Einem Führer, sprich Verführer nachfolgen, als absolutem einzigen Autoritätsmaßstab und zugleich nur einen Teil der Wahrheit aus der Bibel nehmen und andere Pseudo-Wahrheiten, das ist jetzt ein paradoxer Begriff, ja, im Grunde Lügen hinzufügen. Das nennt man dann zwar auch noch Wahrheit, ist aber durch Pseudo, durch Lüge durchgestrichen dann schon. Und ist nicht mehr die Wahrheit, die in Jesus Christus selber als dem einzigen Weg zum Vater uns erschienen ist. Johannes 14, Vers 6, der Herr Jesus spricht, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater außer durch mich. Und in Apostelgeschichte 4, es ist in keinem anderen das Heil, ist auch kein anderer Name unter dem Himmel den Menschen gegeben, durch den sie gerettet werden, als allein der Name Jesus. Das wollen wir festhalten gegenüber allen Sekten. Im Griechischen findet sich auch der Begriff Heiresis, das heißt also Heresie, eine Irrlehre, der man nachfolgt. Auch der Begriff Ketzer findet sich in der Kirchengeschichte, so haben die Katholiken die Katarer bezeichnet, die eine besondere Lehre hatten, mit Seelenwanderung auch und mit gewissen Absonderungsvorschriften und so weiter. Wobei die Katarer, trotz allen Irrlehren, die sie auch hatten, bestimmt auch nicht viel unbiblischer waren als die katholische Kirche, ja, auch damals schon mit ihren Sonderlehren, die sie sich ja hinzugefügt hatte. Es gibt ja an der katholischen Kirche Bibel und Tradition, die Tradition ist genauso gleichgewichtig wie die Bibel und die letztendliche Auslegung beansprucht der Papst durch sein unfehlwares Lehramt. Manche sagen dann auch, ich sage es mal mit verdeckter Hand, das sei die größte Sekte, ja. Darüber können wir gerne noch diskutieren, aber auch hier gilt schon, was die Reformatoren betont haben, haben allein die Heilige Schrift, ja, ist ein wichtiges Kennzeichen. Wir dürfen, wir brauchen zur Bibel nichts hinzufügen, auch keine menschliche Tradition. Da kommen dann andere leeren Vermischungen hinein und das ist dann schon gefährlich. Der Begriff Sekte, dann gibt es den Begriff Sondergemeinschaft. Das ist etwas, ja, nicht so drastisch, das klingt so ein bisschen positiver, aber ich denke, der Begriff ist problematisch, er ist untauglich, weil jede Kirche, jede Gemeinde, natürlich auch jede Sekte, hat ihre Besonderheiten. Sonst wird es ja nicht unterschiedliche Kirchen und Gemeinden geben und das ist auch nicht immer falsch, ja. Der eine hat die Erkenntnis stärker betont, der andere jene. Natürlich ist es immer auch die Auslegungsfrage, ja, was ist für mich, wie lege ich jetzt diese Stelle aus? Ich werde aber noch Regeln nennen, wie wir die Schrift richtig auslegen, dass wir nicht zu Sektenlehren kommen. Wenn man nämlich Dinge aus dem Zusammenhang reißt, ist ja ein typisches Kennzeichen von Sekten, dass sie Dinge aus dem Kontext, Zusammenhang herausnehmen und das dann verabsolutieren und dann ein ganzes eigenes System darüber bauen. Eine große Gefahr. Also Sondergemeinschaft, ein schwieriger Begriff, denn jede menschliche Gemeinschaft, auch jeder Mensch besitzt Besonderheiten. Jeder von uns ist wieder anders und der Begriff ist an sich viel zu allgemein. Und die Frage stellt sich auch, wovon hat sich denn diese Gemeinschaft abgesondert? Ja. Was ist die ursprüngliche Kirche oder Gemeinde und was ist die Sekte? Gerade die Sekten beanspruchen sie sein ja die ursprüngliche Kirche in der vorkonstantinischen Zeit, wird oftmals doch auch gesagt und behauptet. Und ja, die Urgemeinde, das ist auch ein Ideal, was dann viele anstreben und sich dann abgesondert haben. Zum Teil vielleicht auch zu Recht, denn ich habe durchaus auch ein kritisches Verhältnis zu den großen Kirchen. Ja, das wissen ja manche, dass ich da auch viele Entwicklungen heute kritisch beurteile. Stichworte Homosegnung, Bibelkritik, Feminismus, Bibel in sogenannter gerechter Sprache, in Wirklichkeit ungerechte, feministische Bibelverfälschung. Und auch bei den Evangelikalen gibt es sektierische Ansätze, wenn man an eine sogenannte Volksbibel denkt, wo man Gottes Wort in einer lästerlichen Fäkalsprache verfälscht hat. Es ist grauenhaft, so etwas. Und vom größten Evangelikal, dem Medienkonzern, wird das vertrieben. Ja. Ist das nicht auch schon sektierisch, wenn hier Gottes Wort dermaßen frevelhaft verfälscht wird? Wir wollen gar nicht also mit den Fingern jetzt nur auf diese Sekten zeigen, die klassischen, ich komme noch darauf zurück, sondern wir müssen auch selber prüfen, wo sind denn bei uns Dinge eingedrungen, die vom Diabolos sind, vom Durcheinanderbringer, vom Teufel hineingeworfen werden, um auch die Gemeinden zu spalten, um auch da Verführung einzuschleusen. Sondergemeinschaft. Damit umschreibt man oftmals solche Gruppen wie die Adventisten etwa, weil man sagt, die haben jetzt eine größere ökumenische Weite entwickelt, sind auch Mitglied im ACK, Arbeitsgemeinschaft christlicher Kirchen in der ACK und haben auch tatsächlich eine Öffnung vorgenommen für andere Gemeinden. Woraufhin sich übrigens bei den Adventisten die radikaleren Gruppen abgespalten haben und dann sogenannte Tochtersekten gebildet haben, die sagen, ja die große adventistische Kirche, die hat sich der Ökumene angebietet, sondern wir uns davon wieder ab. Es kommt manchmal zu meinem Vortrag noch Adventisten, ich weiß nicht, ob heute jemand da ist, die auch darunter leiden unter einer falschen Ökumenisierung, auch bei den Adventisten, das sei an der Stelle auch erwähnt. Und wir dürfen auch die Ökumene nicht verherrlichen, denn gerade hier, denke ich, wird auch die Hure Babylon sich entwickeln. Durch diese große Vermischung sämtlicher Konfessionen und auch Religionen übrigens, so dass man nicht mehr die Wahrheit sagen und glauben kann, sondern es wird alles relativiert, alles einheitlich, so wie auch beim Vereinten Europa. Ich habe ja am Freitag darüber gesprochen, das geschieht auch auf religiösem Gebiet. Also so möchte ich sagen, wir bewegen uns hier auf einem schmalen Grat, wir sind weder, also ich zumindest, für eine Weltverbrüderungsreligion, große Ökumene, wo dann die Wahrheitsfrage gar keinen Platz mehr hat, Einheit um jeden Preis wird dann postuliert. Und wir sind aber auch nicht für eine endlose Aufsplitterung der Christen. Ja, können wir auch nicht sein. Das ist auch oftmals von Machtstreben, von Egoismus, von selbstherrlichen Ansprüchen, von Ältesten oder was auch immer bestimmt, wenn es sich immer mehr aufspaltet. Beides ist vom Übel. Und der Teufel versucht entweder die Leute in die große Ökumenisierung hineinzuziehen, wo man nicht mehr nach der Wahrheit Jesu Christi fragt und des Wortes Gottes allein und auf der anderen Seite endlose Spaltungen, Rivalitäten und so weiter. Lassen wir uns warnen, dass wir nicht in die eine oder andere Richtung mitgerissen werden. Eine große Gefahr in der Endzeit. Falsche Ökumenisierung und falsche übertriebene Absonderung von anderen. Absonderung ist ein biblisches Gebot, wo Verführung und Sünde hineingekommen ist. Aber zuerst sollen wir auftreten und dann erst austreten. Habe ich auch versucht, mit diesen 995 Thesen haben wir sehr versucht, in den 90er Jahren aufzutreten, etwa in den großen Kirchen. Und der Austritt, was zumindest mich betrifft, kam dann erst nachdem die Bischöfin nicht darauf hören wollten und uns verlacht haben und gesagt haben, wir haben einen großen Papierkorb. Habe ich aus dem Mund eines Bischofs selber gehört, den ich besucht habe. Es war der konservativste von allen. Aber selbst er sagte, wir haben einen großen Papierkorb für eure warnenden Thesen. Lieber hat man die Moslems zu Wort kommen lassen in der EKD-Synode, anstatt den 30 christlichen Gruppierungen, die hier zur Buße eingeladen haben, zur Umkehr, einen Gesprächsraum zu geben. Ja, das war tatsächlich in Mannheim passiert. Ich weiß nicht, ob jemand von euch dabei war. Ich glaube, einzelne damals die Mahnwache vor dem Mannheimer Restaurant Wartburg, wo die EKD-Synode tagte und wir durften nicht hinein. Keine fünf Minuten Redezeit für Repräsentanten von, ich sag mal, hunderttausenden Christen, aber stattdessen der Moslem-Vertreter durfte also einladen zu einem Moscheebesuch in dieser Zeit. Soweit sieht es auch in der EKD aus. Ich will das nicht verherrlichen. Ja, ihr wisst, was EKD ist? Evangelische Kirche in Deutschland. Also deshalb, ihr seht, wir wollen gar nicht mit den Fingern auf andere zeigen. Es geht darum, sich selber zu prüfen. Eigene Lager, die eigene Gemeinschaft, die eigene Kirche, ob es jetzt große oder kleine Kirchen sind. Wo stehen auch wir in der Gefahr? Jetzt also die Frage, systematisch entfaltet Sekten, Kirchen, Freikirchen. Wo liegen jetzt die Unterschiede? Kirchen, der Begriff im Deutschen kommt von Kyriakä, von Kyrios. Wer weiß, was das bedeutet? Der Herr. Kyriakä, die dem Herrn gehörige Gemeinde. Ich sag lieber Gemeinde als Kirche übrigens. Ja, Kirche hat so einen seltsamen Klang rituell festgelegt und traditionell und verknöchert. Die Gemeinde sollte an sich etwas Lebendiges sein, ein lebendiger Organismus. Aber hier Kyriakä, da hat sich dann der deutsche Begriff entwickelt, die dem Herrn gehörige Gemeinde. Das wird dann im Deutschen als Kirche, als Kerke in den skandinavischen Sprachen bezeichnet, in den nordischen Sprachen. Nun ist ja die Gemeinde, und das haben die Reformatoren, denke ich, treffend unterschieden, die wahre Gemeinde der wiedergeborenen Christen, die wirklich Jesus lieb haben, die errettet sind durch seinen Opfertod am Kreuz auf Golgatha. Diese Gemeinde ist zunächst einmal unsichtbar. Denn es heißt in 1. Samuel 16, Vers 7, ein Mensch sieht, was vor Augen ist, der Herr aber sieht das Herz an. Der Herr weiß, wie wir zu ihm stehen. Wir können dem anderen nicht ins Herz schauen. Ja, wir können zwar die Früchte sehen, ob es eine gute oder böse Frucht ist, aber das letztendliche Urteil über jeden Menschen steht allein unserem Herrn Jesus Christus zu. Der Augen hat wie Feuerflammen, wie es in Offenbarung eins heißt. Wunderbar, dass er uns prüft, bis in das Innerste unsere Herzen und Nieren kennt. Auch im Psalm 139 lesen wir, ja, er sieht das Verbeugene und wenn ich fliehen würde bis ans äußerste Ende, würde er doch dort sein und würde auch seine Hand mich halten. Es sind nicht jetzt nur prüfende Augen, sondern auch liebende Hände des Herrn, dass er uns umgibt, ja, wie eine Mutter ihr Kind hält. Aber wir müssen und dürfen uns ihm anvertrauen. Die Reformatoren haben zu Recht gesagt, dass es die unsichtbare Gemeinde der wirklich Wiedergeborenen gibt, aber auch die sichtbar erscheinende Kirche. Und die haben die Reformatoren, Lutheraner insbesondere, so definiert, dass das die sichtbare Kirche ist, die sich um Wort und Sakrament versammelt. Ich möchte jetzt nicht über den Sakramentsbegriff diskutieren. Ich sehe das inzwischen etwas anders als Luther. Das wissen auch manche. Aber das haben sie als äußere Kennzeichen dargestellt. Äußere Kennzeichen. Einig bin ich mit Luther, das Wort Gottes da, weil das Wort Gottes klar verkündigt wird. Da ist Gemeinde, auch wenn noch nicht alle gläubig sind, aber sie sind auf dem Weg, sie sind eingeladen. Und ja, so ist die Gemeinde also ein Organismus, wo wirklich gläubige Wiedergeborene sind, aber auch solche, die noch nicht gläubig sind, eingeladen sind und dabei sind. Und es gibt aber auch immer wieder leider auch Heuchler und da muss auch jeder sich immer wieder prüfen, meine ich es ernst mit dem Herrn Jesus, gehe ich wirklich mit ihm. Ein vermischter Leib, so haben die Reformatoren gesagt, ist die Gemeinde. Wobei die unsichtbare Gemeinde, die wahre Gemeinde natürlich schon das Unvermischte ist, aber das sieht der Herr und der Betroffene weiß hoffentlich dann auch, dass er gläubig ist und Heilsgewissheit hat. Das möchte uns ja Gott durch seinen Geist schenken, dass wir wissen, ich bin wirklich ein Kind Gottes. Nun, ich möchte auch mal hier sagen, was der Ökumenische Rat in Genf als Kennzeichen von Kirche formuliert hat, obwohl ich ja viele, viele Anfragen habe an den jetzigen Kurs des Ökumenischen Rates, vor allem seit den 60er Jahren, wo er sich geöffnet hat, den heidnischen Religionen, die große Ökumene, die meines Erachtens in Offenbarung 13, 17 und 18 münden wird, also babylonische Vermischung jetzt betreibt. Aber damals, 1948, als noch der Generalsekretär Wilhelm A. Wissert-Huft, die den Ökumenischen Rat prägte, haben sie eine relativ gute Formulierung gefunden, um die, sage ich mal, nichtsektiererischen Kirchen zu kennzeichnen. Und da haben sie gesagt, Kirchen sind solche Gemeinschaften, die den Herrn Jesus Christus gemäß der Heiligen Schrift als Gott und Heiland bekennen und darum gemeinsam zu erfüllen, trachten, wozu sie berufen sind zur Ehre Gottes des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Gar keine so schlechte Formulierung, wenn man es jetzt sieht, obwohl man selber inzwischen davon abgewichen ist in Genf, ja, beim Ökumenischen Rat, leider. Aber das ist diese große Superökumene und, ja, da können wir nur warnen, denke ich. Aber sie sagen damals, solche Gemeinschaften, die den Herrn Jesus Christus bekennen zunächst, ja, Jesus Christus. Und Reformatoren würden sagen, und die Bibel sagt auch, allein Jesus Christus. Das fehlt natürlich hier, ja, fällt es uns auf. Und das ist das Kennzeichen zur Unterscheidung der Geister auch. Allein, dieses Wort allein, das wird oft weggelassen. Man redet zwar auch von Jesus Christus, man hat auch vielleicht noch sogar die Bibel, aber nicht mehr allein Jesus, nicht mehr allein die Bibel. Achtet immer darauf, wenn jemand fromm daherredet von Jesus, dann frag mal, wer ist für dich der Weg? Ja, Jesus. Allein Jesus? Ach, Buddha auch noch so ein bisschen, ja. Also, da merkt ihr dann schon, es ist nicht der biblische Jesus Christus. Wenn Buddha da gleichberechtigt daneben steht, man könnte auch Mohammed oder Konfuzius oder was auch immer nennen, das ist genau diese Vermischung dann schon wieder. Also, ich würde hier ergänzen, die allein den Herrn Jesus Christus bekennen. Und dann steht hier richtig drin, gemäß der Heiligen Schrift. Aber das müsste auch heißen, allein gemäß der Heiligen Schrift. Das fehlt auch wieder hier. Und deshalb kann der ökumenische Rat heute so ein weites Herz haben, aber im negativen Sinne, weites Herz, dass da fast schon alles hineinpasst. Und, ja, und dann sehr schwammig ist das an sich, was dann steht, gemeinsam zu erfüllen, trachten, wozu sie berufen sind. Wo sind sie denn berufen? Das kann auch politisch dann sein. Das wurde dann auch sehr stark politisch gefüllt. Durch die Antirassismusprogramme in den 60er Jahren. Die Unterstützung von marxistischen Befreiungsbewegungen, etwa in Südafrika, ihr kennt ja diese Dinge. ANC wurde unterstützt, Afrikanischer Nationalkongress und so weiter. Das konnte alles im Rahmen dieses ökumenischen Rates verwirklicht werden. Eine ganz bedenkliche und unbiblische Entwicklung. Aber immerhin steht hier noch drin, Jesus Christus als Gott und Heiland. Als Gott. Ja. Und deshalb auch, als wird der Vater, der Sohn und der Heilige Geist betont. Viele Sekten leugnen nämlich, dass Jesus Gott ist. Dass er wirklich auf die Seite Gottes gehört und nicht ein Geschöpf ist. Er ist zwar Geschöpf, indem er durch Maria hier auf diese Welt kam, aber er ist durch den Heiligen Geist, Gott, vom Heiligen Geist gezeugt. Gott zeugte durch den Geist, den Sohn. Das ist ein innertrinitarisches Geheimnis. Und auch wenn der Begriff Trinität oder Dreieinigkeit sich nicht in der Heiligen Schrift als Begriff findet, so findet sich doch die Tatsache auf jeder Seite schon im ersten Kapitel. Dass der Geist Gottes über den Wassern schwebte. Ja. Und dass es heißt, lasst uns Menschen machen, der Vater, in Gemeinschaft mit dem Sohn und dem Heiligen Geist. In Sprüche 8. Gott schuf durch die Weisheit, spricht durch seinen Sohn, durch das Wort Johannes 1, alles was geschaffen ist. Und er wird den Tröster senden, der Sohn, wenn er zum Vater geht. Also es ist immer diese Gemeinschaft Vater, Sohn, Heiliger Geist. Das lehnen etwa die Zeugen Jehovas oder auch Brennhem-Anhänger und viele andere ab. Ja. Und haben damit nicht das Zentrum des christlichen Glaubens. Gehören nicht dazu. Zu den wirklichen Christen, die bekennen mit 1. Johannes Brief, wo es heißt, wer den Sohn hat, hat das Leben, wer den Sohn Gottes nicht hat, hat das Leben nicht. Natürlich sagen dann die Zeugen Jehovas, Jesus ist ein Sohn Gottes. Und sie meinen damit einen Engel, den Erzengel Michael. So raffiniert, verschleiert. Aber die Bibel sagt, der Sohn, wer den Sohn hat, er ist wirklich Gott und nicht nur ein Engel. Er gehört auf die Seite des Schöpfers und nicht auf die Seite der Geschöpfe. Das muss man ganz klar unterscheiden. Wer Jesus auf die Seite der Geschöpfe zieht und ihn nicht mehr auf der Seite des Vaters, Gottes des Vaters sieht, der macht ihn zu einem Geschöpf. Und dann kann er uns aber nicht erlösen, wenn er nur ein Geschöpf ist. Er hat uns nur erlösen können, weil er auch Gott ist. Wahrer Mensch und wahrer Gott. So wie es die Glaubensbekenntnisse in altkirchlicher Zeit durchaus richtig betont haben. Gegen Arianismus und andere Aufweichungsbewegungen. Die Zeugen Jehovas und auch der Islam übrigens sind nichts anderes als moderne Arianer, die die Gottheit Jesu leugnen, die ihn zu einem Engelwesen erniedrigen, Zeugen Jehovas, oder zu einem Propheten, Islam. Mohammed ist ja im sechsten Jahrhundert nach Christus erst aufgetreten und hat ja die Dreieinigkeit abgelehnt der Heiligen Schrift und hat Jesus zu einem bloßen Propheten erniedrigt. Darf man das so deutlich noch sagen heute? Aber ich sage es jetzt einfach so. Sie achten ihn zwar sehr als Propheten, aber nicht als der, der er wirklich ist, nämlich Gottes Sohn, einzig geborener Sohn. Um das in einem Vergleich zu verdeutlichen, wenn ihr Kinder habt, sind die ja auch Fleisch von eurem Fleisch. Und wenn Gott einen Sohn hat, dann ist er genauso göttlich wie der Vater. Das Wesen bleibt erhalten. Deshalb sagt man eines göttlichen Wesens. Aber natürlich wird der Sohn vom Vater unterschieden. Der Sohn ist nicht der Vater, der Vater ist nicht der Sohn. Der Vater hat den Sohn gezeugt in der Maria durch den Heiligen Geist. Sie unterscheiden sich aber sind doch gleichen göttlichen Wesens. Es ist doch letztendlich ein Gott, aber er hat den Sohn gezeugt, mit dem er Gemeinschaft hatte. Er wollte nicht einsam sein, der Vater und der Heilige Geist als den Tröster, den er gesandt hat. Es ist ein Geheimnis, das natürlich unseren Verstand übersteigt. Ich sage immer, die Dreieinigkeitslehre ist nicht unvernünftig, sondern sie ist übervernünftig, übersteigt unseren Verstand. Das wollen wir in aller Demut bekennen. Wir können nicht in Gottes Geheimnisse eindringen, sondern wollen sie dankbar annehmen. Soweit kurz einiges zu den Zeugen Jehovas in dem Zusammenhang erwähnt. Weil das ist ja das Hauptproblem bei den Zeugen Jehovas, dass sie nicht den Sohn haben. Sie reden zwar von Jehova, so wie die Moslems von Allah reden. Es gibt mehr Parallelen zwischen Zeugen Jehovas und Moslems als zwischen Zeugen Jehovas und Christen. Deshalb haben die Zeugen Jehovas die Anerkennung in manchen islamischen Ländern bekommen jetzt, aber Christen noch nicht. Ist uns das bekannt? Ja, ich habe das jetzt gehört von verschiedenen islamischen Ländern, weil da Ähnlichkeiten vorliegen. Das haben die Freikirchen. Dazu auch ein Wort. Im Unterschied zu Sekten. Freikirchen sind einfach Kirchen oder Gemeinden, die staatsunabhängig ihre Versammlungen durchführen. Unabhängig vom Staat und auch ihre Existenzweise. Unabhängig vom Staat leben wollen. Jetzt nicht gegen den Staat, aber sie wollen nicht unbedingt jetzt Kirchensteuer einziehen oder kirchlichen Religionsunterricht machen und so weiter, sondern wollen sich nicht abhängig machen von staatlichen Systemen. Es gibt natürlich ganz unterschiedliche Freikirchen. Ich nenne mal einige Beispiele, die ich jetzt nicht als Sekten, sondern als Freikirchen einstufe. Ich habe ja auch eine ganze Lexikonreihe rausgegeben und da gibt es auch ein Kirchenhandbuch und ein Sektenhandbuch. Es war natürlich eine Entscheidung, welche Gruppe nennen wir jetzt in das Sektenhandbuch und welche in das Kirchenhandbuch. Nicht immer so einfach, aber es gibt doch gewisse Kennzeichen. Und so habe ich als Freikirchen und werden auch von anderen Christen Freikirchen eingestuft, etwa die Methodisten, Baptisten, Brüdergemeinden, Mennoniten, freie evangelische Gemeinden, auch freie evangelische Gemeinschaften, aber auch andere, etwa Abtrennungen von den ehemaligen lutherischen und reformierten Staatskirchen, wie etwa die selbstständige evangelisch-lutherische Kirche Selk oder ELFK oder auch die evangelisch-altreformierte Kirchen. Die sind auch Freikirchen, obwohl sich ja eben von Lutheranern und Reformierten abgespalten haben oder auch deshalb werden sie als Freikirchen eingestuft. Aber die haben ein ganz anderes Sakramentsverständnis als etwa Baptisten, die also Glaubenstaufe praktizieren, die ich persönlich übrigens für die biblische halte, das ist nur nebenbei bemerkt. Ich spreche aber niemanden den Glauben ab, der das vielleicht anders sieht. Ich habe auch jahrzehntelang mit dieser Frage gerungen, gebe ich ehrlich zu. Aber ist mir inzwischen von der Bibel her für mich persönlich klar geworden, die biblische Taufe. Aber diese Selk und so weiter, die sind also hochlutherisch, halten sehr stark an der Säuglingstaufe fest und praktizieren die auch und gelten aber trotzdem in Deutschland als Freikirchen. Also nicht nur Baptisten, Mennoniten und so weiter sind Freikirchen, auch sakramentalistische Kirchen sind hier. Freikirchen, die nicht in den großen Landeskirchen und so weiter oder katholischer Kirche sind. In Amerika übrigens zählt zum Beispiel auch die katholische Kirche zu den Freikirchen oder die lutherische oder Kirche oder reformierte Kirche. Warum? Weil es dort überhaupt keine Landeskirchen gibt wie in Deutschland. Wir haben hier ein spezifisch landeskirchliches System im evangelischen Bereich und wer nicht in der Landeskirche ist, ist halt in der Freikirche oder halt eben in der Sekte, je nachdem wie man es dann einteilt. Ja, da gibt es halt nur sozusagen schwarz und weiß für die deutschen Normalbürger. Wer halt nicht in der großen Kirche ist, ja, das ist dann manchmal schon anrüchig, ja. Was, du bist nicht in der katholischen Kirche oder Landeskirche? Naja, dann, aber ich werde ja begründen, warum das trotzdem keine Sekte dann sein muss, wenn man nicht in der Landeskirche ist. Wie können jetzt Sekten definiert werden? Jetzt wird es so langsam noch spannender, hoffe ich. Ich will euch einmal einige Zitate bringen aus der Kirchengeschichte, wie man versucht hat, den Begriff Sekte zu definieren, also zu bestimmen. Nun, eine Sekte kann, jetzt nicht erschrecken, soziologisch, politisch, psychologisch, philosophisch, aber auch theologisch bestimmt werden. Alles klar? Soziologisch, ein Verhältnis zur Gesellschaft. Sozietas, die Gesellschaft. Politisch halt im Verhältnis zum Staat, wie stellt sich die Gruppierung zum Staat, zur Regierung, ist sie staatsfeindlich womöglich sogar? Da galten wohl in der DDR-Zeit alle Kirchen als Sekten letztendlich in den Augen des Staates, ne? Wenn man es mal streng sieht. Oder psychologisch, wie gehen sie mit ihren Anhängern ein? Gibt es Gehirnwäsche, gibt es Autorität über die Gewissen und so weiter? Dann auch philosophisch und theologisch. Alle diese Kriterien haben eine gewisse Berechtigung, aber ich möchte jetzt schon klarstellen, entscheidend ist für mich und für andere Sekten, Experten sozusagen, dass wir das theologische Kriterium als das Entscheidende ansehen. Und das ist für mich persönlich das Verhältnis zur Heiligen Schrift. Das kann das letztendlich einzige, letzte Kriterium sein. Aber im Vergleich dazu wollen wir jetzt einmal hören aus der Kirchengeschichte, welche zum Teil seltsamen Definitionen es gibt, die aber doch lange Zeit Einfluss hatten und zum Teil in der Volksmeinung bis heute Einfluss haben. Im Jahre 1877 grenzte der Tübinger evangelische Theologe Christian Palmer Kirche und Sekte folgendermaßen voneinander ab. Er schrieb in seinem Buch die Gemeinschaften und Sekten Württembergs, juristisch ist jede Gemeinschaft eine Sekte, wenn sie sich von der herrschenden, vom Staat anerkannten Kirche trennt. Ja, so einfach. Verstanden? Also wer nicht in der Staatskirche, damals noch vor Wilhelminische Ära oder was auch immer war, der galt als Sektierer oder wurde so definiert von diesem Tübinger evangelischen Theologen. Und er schreibt dann weiter. Und wenn sie ihren eigenen Gottesdienst, ihr eigenes Vorsteher und Lehramt errichtet. Nur eine solche Gemeinschaft religiösen Glaubens und Lebens, die imstande ist, ein ganzes Volksleben zu durchdringen und eine weltgeschichtliche Potenz zu werden. Nur eine solche kann als Kirche anerkannt werden. Ja, alles was weltgeschichtliche Bedeutung hat. So wie im russischen Bereich jetzt die russisch-orthodoxe Kirche. Die will ja alle anderen Kirchen verdrängen, ja. Ich habe mir heute mal einen russisch-orthodoxen Gottesdienst zum Teil mit angeschaut. Das ist natürlich sehr feierlich und sehr fürs Auge, für die Nase und alles. Und das beeindruckt die Bevölkerung, wenn sie nicht die Bibel lesen, dann werden sie das so als absolute Wahrheit annehmen. Aber die Bibel, ja, die ist ja heute immerhin schon freigegeben, etwa von der katholischen Kirche. Seit dem Zweiten Vatikanischen Konzil ist das freigegeben. Früher war das ja gar nicht so richtig erlaubt. Hat man das dem Kirchenvolk verbieten wollen? Wohlweislich. Ja, es könnte ja sein, dass jemand merkt, dass das Papsttum gar nicht biblisch ist. Ihr sollt niemand Vater nennen auf Erden, außer die leiblichen Väter natürlich. Okay, aber im geistlichen Bereich dürfen wir nur Gottvater nennen. Und was heißt Papst? Papa heißt Vater, ja. Allein da wird schon deutlich, dass es keinen Papst geben kann. Petrus war kein Papst. Er war einer der Apostel, den Jesus mit der Grundlegungsfunktion betraut hat. Ja, in Matthäus 16 auf diesen Felsen werde ich meine Gemeinde bauen. Das war Petrus als das erste Felsstückchen auf dem großen Felsen Jesus. Und das Petrusbekenntnis. Und dann auch die Petruspredigt in der Apostelgeschichte 2, wo dann die Gemeinde grundgelegt wurde. Aber die Apostel haben niemals, außer im Falle des Judas und Matthias dann, niemals Nachfolger eingesetzt. Ja. Es ist in der ersten Generation ausgestorben. Paulus sagt selber, er war der Letztberuf, eine unzeitige Geburt, 1. Korinther 15. Und deshalb, liebe Freunde, sind die Neuapostolischen, Katholisch-Apostolischen und sämtliche Apostelsekten völlig unbiblisch. Das sei auch dazu jetzt erwähnt an dieser Stelle. Ja, die Neuapostolischen beanspruchen ja, sie seien durch eine neue Geistesberufung Anfang des 19. Jahrhunderts vom Herrn selber eingesetzt worden. Es waren ja verschiedene Abspaltungen. Es gab zuerst die Katholisch-Apostolischen in England, Adlige meistens, Parlamentarier. Und dann, als die keine Nachfolger einsetzen wollten, sie erwarteten Jesus noch zu ihren Lebzeiten dieser selbsternannten Apostel. Als sie dann alle außer einem ausgestorben waren, der letztlebende sogenannte Apostel der Neuzeit hieß Wuthaus, der wurde über 90. Aber schon in der Zeit sagen sie, wir müssen neue Apostel berufen, gab es solche Kräfte. Ja, sie haben den Herrn erwartet zur Lebzeit dieser neuen sogenannten Apostel, aber er kam eben nicht. Und dann war noch der letztlebende gestorben und schon vorher hatte der selbsternannte Prophet Geier, ein Deutscher, in diese Katholisch-Apostolischen in England. Und so hat sich über verschiedene Abspaltungen dann schließlich die Neuapostolische Kirche gebildet. Jetzt ganz kurz dargestellt. Ja, es gibt ja eine lange Spaltungsgeschichte, auch heute noch, wo da eine Apostel den anderen ausschließt und hin und her. Aber es gibt, so möchte ich behaupten, keine Apostel nach dem ersten Jahrhundert. Alles andere können nur falsche Apostel sein. Die Bibel warnt vor solchen falschen Aposteln. Das kurz zu diesen ganzen Apostelsekten. Es gibt übrigens auch im charismatischen Bereich solche Behauptungen, dass wir heute wieder Apostel berufen müssten. Aber keiner dieser neuen Apostel kann das entscheidende Kriterium erfüllen. Welches ist das? Apostelgeschichte 1. Er muss Augenzeuge und Ohrenzeuge gewesen sein, aller der Ereignisse mit Jesus Christus, mit ihm gewandelt sein, seine Auferstehung erlebt haben. Das war entscheidend für die Wahl des neuen Apostels Matthias. Kann keiner erfüllen. Und es ist ein Grundlegungsamt gewesen. Wenn es in Epheser 2 und Epheser 4 vorkommen, dann ist ganz klar, die Gemeinde ist erbaut auf den Grund der Apostel und Propheten. Aber wenn der Grund einmal gelegt ist, kann er nicht immer wieder gelegt werden. Das war in der ersten Generation die Grundlegung, in dem der Herr Jesus kam und damals seine Apostel und Propheten berufen hat. Ja? Man kann ein Haus nicht immer wieder mit weiteren Fundamenten aufstocken. Das ist historisch zu sehen, diese Aussage mit diesen ersten Aposteln. Können nachher gerne noch über einzelne Fragen reden. Ich kann jetzt vieles nur anreißen. Habt da bitte Verständnis. Das war 1877. Kirche ist nur, was das gesamte Volksleben durchdringt, also nur die Staatskirche. Ist natürlich falsch, wissen wir ganz genau von der Bibel her, dass das nicht sein kann. Aber dann der Soziologe Max Weber ist vielleicht bekannter Soziologe. Er hat die Zugehörigkeit zur Kirche oder Sekte definiert nach dem Grad der Freiwilligkeitsprinzip. Er schreibt, eine Kirche ist eine Gnadenanstalt, eine Gnadenanstalt ist die Kirche, welche religiöse Heilsgüter wie eine Fidei-Kommissstiftung verwaltet. Also dass man Vertrauen überträgt, zu deutsch gesagt. Und zu welcher die Zugehörigkeit der Idee nach obligatorisch, daher für die Qualität des Zugehörigen nichts beweisend ist. Eine Sekte dagegen ist ein voluntaristischer Verband, das heißt ein freiwilliger, durch eigene Entscheidung akzeptierter Verband, dem ich mich freiwillig durch eine Entscheidung anschließen kann. Und dann heißt es ausschließlich der Idee nach religiös-ethisch qualifizierter, in den man freiwillig eintritt, wenn man freiwillig kraftreligiöser Bewährung Aufnahme findet. Zitat Ende. So Max Weber in den gesammelten Aufsätzen zur Religionssoziologie neu aufgelegt, 1963, ist schon älter. Aber liebe Freunde, auch da bleibt der Unterschied zwischen Freikirche, Sekte und auch Landeskirchen und so weiter ganz außen vor. Der Grad der Freiwilligkeit, gut, der ist nur da nicht vorhanden, die Freiwilligkeit, wenn man schon hineingetauft wird als Baby. Das ist ja natürlich die Selbstrekrutierung der Landeskirchen und der katholischen Kirche, dass sie Mitglieder schon als Baby haben, wenn sie nicht dagegen protestieren können. Aber, ja, ich sage es mal etwas zugespitzt, will es jetzt auch nicht weiter ausdehnen, aber die Freiwilligkeit allein, das gibt es auch bei Freikirchen, gibt es aber auch bei Sekten, wobei es bei Sekten gar nicht immer die Freiwilligkeit ist. Er meint, er sei sektierisch bei Freiwilligkeit. Aber gerade Sekten versklaven ja ihre Mitglieder, nicht? Da ist ja gar nicht die Freiwilligkeit. Also diese Definition ist auch völlig untauglich. Dann Ernst Drölsch, wer hat den Namen schon mal gehört? War zunächst Theologe, verlor dann den Glauben und wechselte dann zur philosophischen Fakultät über. Und er sagte, wohlbemerkt über die Sekte, über die Sekte folgendes. Die Sekte ist die freie Vereinigung strenger und bewusster Christen, die als wahrhaft Wiedergeborene zusammentreten, von der Welt sich scheiden, auf kleine Kreise beschränkt bleiben, statt der Gnade das Gesetz betonen und in ihrem Kreise mit größerem oder geringerem Radikalismus die christliche Lebensordnung der Liebe aufrichten, alles zur Anbahnung und in der Erwartung des kommenden Gottesreiches. Zitat Ende. Fühlt euch da auch betroffen? Fühle ich mich da vielleicht auch betroffen? Ich denke, das meiste, was er da gesagt, würde ich als gut biblisch ansehen. Aber das wird hier als sektierisch dargestellt. Das einzige, wo ich Bauchschmerzen kriege, wenn er uns unterstellt oder wenn er unterstellt hier, dass man statt Gnade das Gesetz betont. Das ist natürlich das klassische Vorurteil. Das sollte ja auch nicht sein. Aber ansonsten, freie Vereinigung, ja, ist eine freiwillige Glaubensentscheidung. Strenger und bewusster Christen, was ist daran falsch, wenn man ein bewusster Christ ist? Wahrhaft Wiedergeboren, sollte doch auch sein. Von der Welt sich scheiden, sollte auch sein. Wer die Welt in die Gemeinde holt, macht die Gemeinde zur Welt. Das kann nicht biblisch sein. Auf kleine Kreise beschränkt bleiben, das muss nicht unbedingt so sein, ist aber der schmale Weg, von dem der Herr Jesus spricht, in Matthäus 7, ja, dass nur wenige durch die enge Pforte gehen, nur wenige das Himmelreich erben. Das ist eine biblische Aussage von Herrn Jesus. Ja. Und die christliche Lebensordnung der Liebe aufrichten. Also das ist eine typische Definition, nicht für Sekte, sondern für biblische Gemeinde, was er hier gebracht hat. Möchte ich einfach mal so behaupten gegen Trölsch, diesen bekannten Philosophen. Ja, nach dem Zweiten Weltkrieg hat man sich dann etwas differenzierter und vorsichtiger ausgedrückt über Sekten. Man hat ja, stärker das theologische Kriterium betont. Das finde ich gut, dass wir nähern uns langsam der Wahrheit, wie ich sie definieren würde, von der Bibel her. Und zwar, ein bekannter Autor ist ja Kurt Hutten. Manche kennen vielleicht noch das dicke Buch, Seher, Grübler, Enthusiasten, das Buch der Sekten und religiösen Sondergemeinschaften. Viele Auflagen erlebt. Er war EZW-Begründer, Evangelische Zentralstelle für Weltanschauungsfragen, die inzwischen auch ihren Sitz hier in Berlin hat, wie so vieles andere auch. Und er hat gesagt, und da sind jetzt wirklich auch beherzigenswerte Gedanken schon mit drin. Ich zitiere, was eine Gemeinschaft zur Sekte macht, ist, abgesehen von ihrer Sonderlehre und ihrer lehrmäßigen Entstellung der biblischen Botschaft, ja, das ist schon mal ganz wichtig, Entstellung der biblischen Botschaft, finde ich okay. Und dann ist auch richtig, wenn er sagt, ist jene rechthaberische Haltung, die die eigene Wahrheitserkenntnis mit der Wahrheit Christi gleichsetzt. Ja, mag man so sehen. Und dann sagt er, die Folge dieser Rechthaberei ist, dass solche Sekten sich von allen anderen Gemeinschaften und ihren Gliedern scheiden und sie verteufeln. Wenn man das wirklich tut, von allen Absondern, allen Christen, alle anderen sind falsch, nur wir richtig, ist natürlich auch ein Kennzeichen sektierischen Gehabens. Da mag die Lehre vielleicht sogar noch einigermaßen in Ordnung sein, aber diese völlige Abgrenzung, ja, das ist nicht biblisch. Ich habe ja gesagt, die Gemeinde Jesu ist unsichtbar vorhanden, aber auch in verschiedenen Denominationen. Es mag auch, ich sage es mal wieder ein bisschen überspitzt, sogar gläubige Katholiken geben, schließe ich nicht aus. Aber ich sage mal, liebe Geschwister, dann haben die die Bibel gelesen, dann haben sie verstanden, wer der biblische Jesus Christus ist. Aber wenn sie an sich katholisch seien und bleiben wollten, dann müssten sie alle Dogmen, die Rom neben eingeführt hat, um mit 2. Petrus 2 zu sprechen, neben eingeführt hat, alle diese Dogmen glauben, die unbefleckte Empfängnis Marias, die Himmelfahrt Marias, die Unfehlbarkeit des Papstes, die Rechtfertigung nicht allein aus den Laden, sondern auch durch die Werke etc., das müssten sie an alles glauben. Und die Reliquien und die Heiligenverehrung und die Knochenverehrung eben der Reliquien und so weiter. Sonst ist man eben kein echter Katholik. Ich weiß, wovon ich rede. Ich war ja selber auch schon mal katholisch. Ich bin so geboren worden sozusagen. Aber in der Wiedergeburt habe ich dann manches erkannt nach meiner Wiedergeburt und gesagt, da kann ich also nicht mit. Manche sagen, sie bleiben drin, um dort missionarisch zu wirken, aber es wird sehr, sehr schwierig sein. Das denke ich schon. Nun ja, aber jedenfalls ist es sektierisch, wenn man sich von allen anderen Gemeinschaften scheidet. Natürlich gibt es auch den Zeitpunkt, wo man eine Gemeinde oder Kirche verlassen muss, wenn es offensichtlich unbiblische Lehren und Lebensweisen gibt. Wenn die die Überhand gewinnen, dann gilt es schon, geht aus von ihr. Ja, damit ihr euch nicht teilhaftig gemacht habt ihrer Sünden. Der Zeitpunkt kann auch kommen. Seit den 70er und 80er Jahren des 20. Jahrhunderts wurde allerdings der Sektenbegriff sehr verschwommen. Man spricht jetzt von diffuser Religiosität. Also diffus, das heißt so neblig, fließend, nicht fest abgrenzbar. Alles ist erlaubt, alles schillernd. Ja, alles passt hinein in den großen Religionskuchen. Eine ganz gefährliche Situation. Da kam die Postmoderne mit der Auflösung aller Werte und jetzt kommt die Emerging Church, wo es auch keine feste biblische Lehre mehr geben soll, wo es um Gefühl geht, um Weihrauch, um Kerzenschein, um Emotion. Gefährliche Tendenz, lasst euch da nicht mitreißen, sondern bleibt auf der Grundlage der Heiligen Schrift. Das ist unser einziger Maßstab, nicht unsere Empfindungen. Die dürfen auch kommen, aber wie bei einem Zug hintendran und nicht vorne als die Lok. Ja, die Empfindungen. Es gibt ein wachsender Supermarkt spiritueller Angebote, eine diffuse Religiosität und die verdrängen nicht, aber drängen sich immer mehr auch zwischen diese klassischen christlichen Sekten oder unchristlichen Sekten. Und wir haben einen riesigen Supermarkt heute an Angeboten. Ich will jetzt mal ein paar bekanntere Sekte nennen, die ich persönlich, die auch die meisten anderen Christen wohl als Sekten einstufen würden. Ich muss, dass wir mal gehört haben, die Zeugen Jehovas natürlich nach wie vor als die klassische Sekte, die allerdings immer mehr die staatliche Anerkennung erstrebt. Als Körperschaft des öffentlichen Rechts, sogar in Berlin ja, er wisst das, einen Sieg in juristischem Kampf über Jahre errungen hat. Sie haben jetzt Anerkennung gewollt von einer Behörde, die sie früher als Babylon verschrien haben von der Regierung. Ja, so hat sich das auch bei denen etwas geändert. Vielleicht durchaus positiv zu werden ein Stück weit, natürlich eine gewisse Aufweichung und Annäherung. Aber ihre Grundlehren, die Leugnung der Gottheit Jesu Christi und so weiter, die halten sie natürlich nach wie vor fest. Deshalb sind sie noch lange nicht christlich im biblischen Sinne. Dann die Neuapostolischen, habe ich einiges gesagt. Die Mormonen, was sind die Mormonen? Joseph Smith. Ja, er hat Visionen bekommen, sind ihm verschiedene Engelwesen erschienen, wie auch übrigens Mohammed und anderen Sektengründern und haben ihm gesagt, auf die Frage, in welche Kirche soll ich gehen, haben sie ihm gesagt, keine ist richtig, du musst etwas Neues gründen. Ja, und dann haben sie ihm diese Offenbarungen gegeben und er hat eine völlig unbiblische, spiritistisch-freimaurische Lehre begründet mit Freimaurerritualen und das, was er Gott nennt, sind nur aufgestiegene Geschöpfe. Also er trennt nicht zwischen Schöpfer und Geschöpf. Ja, Gott ist eine höhere Stufe des Menschen und der Mensch entwickelt sich zur Götterstufe. Er glaubt an viele Götter folglich, Joseph Smith und seine Nachfolger, die Mormonen. Es hat überhaupt nichts mit Bibel und Christentum zu tun. Ja, eine völlig heidnische, polytheistische Lehre mit vielen Göttern, ein Gräuel vor Gott. Ja, so etwas zu glauben, dass der Mensch Gott werden könne. Ja, wir sind nach Gottes Ebenbild geschaffen, aber ein Ebenbild ist niemals das Original. Wenn jemand ein Foto von euch macht, ist das nicht das Original von euch, sondern es ist nur ein Abbild. Das darf man nicht verwechseln. Ist auch im Okkultismus, im Spiritismus immer die Gefahr, dass man den Menschen vergöttlicht, dass man nicht unterscheidet zwischen Schöpfer und Geschöpf, dass man den Menschen aufsteigen lässt in die Geisterwelt und die Geisterwelt direkt mündet in die göttliche Sphäre, dass da gar nicht mehr unterschieden wird. Und dann haben wir die Geister auf der Erde und die Menschen und Besessenheit ist etwas Normales. Das sind die ganzen spiritistischen Sekten. Medien spielen da eine Rolle. Meistens Frauen, manchmal auch Männer. Frauen sind bekanntlich empfänglicher für spiritistische Botschaften als Männer. Und ja, Männer sind Gefährdeter auf dem sexuellen Gebiet und Frauen eher mit diesen spiritistischen Dingen. Das ist auch eine gewisse Erfahrung aus der Menschheitsgeschichte und Kirchengeschichte. Dann auch die christliche Wissenschaft, Christian Science. Wer hat davon schon gehört? Die Begründerin Mary Baker Eddy. Sie war geprägt von dem Mesmerismus eines Quimby, wurde selber von ihm geheilt nach einem Sturz und hat dann diese Lehre vertreten, die ich möchte so deutlich sagen, weder christlich noch wissenschaftlich ist. Wissenschaftlich nicht, weil das eine Art Geistheilung ist, die auf spiritistischer Grundlage beruht und auch nicht christlich, weil völlig das Zentrum des biblisch-christlichen Glaubens verdrängt wird. Es wird gelehrt, der Mensch sei vollkommen von Natur aus, Sünde und Krankheit und sogar der Tod sei nur eine Einbildung, eine Illusion. Der Mensch müsse erkennen, dass das Göttliche in ihm wohnt. Wenn er das richtig erkennt und freisetzt, wie im Hinduismus übrigens, ja, dann kann er seine eigenen Potenziale entwickeln, so wie es im New Age-Denken heute auch gelehrt wird, so ähnlich, ist natürlich schon älter diese Richtung. Und dann kann er auch erkennen, dass er gar nicht krank ist. Das ist dann diese Art von Geistheilung. Es spielen auch Elemente der Autosuggestion hinein, dass man sich selber etwas einredet, des Hinduismus, des Mesmerismus, also dieser magischen Magnetfeldtheorie mit diesen Handauflegungen, dem Mesmerismus. Und also weder christlich noch wissenschaftlich. Ich habe selber einen Lehrer gehabt, der in dieser Sekte sich befindet, wollte mich kürzlich mal wieder überzeugen. Dann habe ich ihm Jesus klar bezeugt, dass Jesus für unsere Sünden gestorben ist, dass wir nicht vollkommen sind, dass wir Erlösung brauchen, dass in uns nichts Göttliches wohnt von Natur aus. Ja, mehr als bezeugen kann ich es nicht. Ich kann beten für ihn. Aber das sind traurige Dinge, wenn Leute so verblendet sind und die Bibel völlig verfälschen, Römer 3 praktisch völlig uminterpretieren müssen, wo es heißt, es ist keiner gerecht, es ist keiner vollkommen. Da macht man dann die Augen zu davor und lehrt genau das Gegenteil. Und dann habe ich gesagt, wo ich die Stellen gebracht habe, sagte, das kann man heute ja nicht mehr sehen, glauben Sie wirklich da an die Bibel, wir haben ja neue Erkenntnisse. Da wird es dann deutlich. Ja, die Bibel ist nicht mehr der alleinige Maßstab. Da kommen dann Neuoffenbarungen, Neuoffenbarungsbewegungen, sind dann da ganz wichtig. Es gibt da natürlich auch buddhistische Sekten, Zen-Schulen aus dem Zen-Buddhismus, Psychosekten wie Scientology, dazu vielleicht auch ein Wort. Der Begründer Ron Hubbard, Verfasser von Dianetik, hatte ja engen Kontakt mit Alistair Crowley, dem führenden Satanisten. Und der hat eine Psychotechnik entwickelt, um Menschen in völlige Abhängigkeit zu bringen. Das geschieht auch psychologisch, in dem Fragebogen in der Stadt ausgefüllt werden. Und wenn man da schon ehrlich antwortet, dann ist man schon gefangen. Weil dann fragen die auch dann weiter, haben sie schon mal gestohlen, schon mal gelogen, schon mal die Ehe gebrochen. Ja, wenn man das dann alles bejaht und man dann nicht mehr kommt, dann sagen sie, wir werden es bei der Polizei melden, dass du schon mal gestohlen hast. Und solche Dinge. Seien sie nur vorsichtig mit Fragebogen, auch sonst überhaupt in der heutigen Technik. Es ist alles erfassbar, vor allem auch über Internet. Wenn man da die Kontonummer und so weiter und Daten rausgibt, muss man sehr vorsichtig sein. Jetzt wird es aber heiß, wenn ich über Scientology rede. Ich darf vielleicht ja ein bisschen viel beschaffen. Vielen Dank. Ja, es ist wirklich eine gefährliche Gruppierung. Und auch finanziell. Es sind sehr teure Kurse natürlich, wo die Leute regelrecht ausgebeutet werden. Regelrecht. In Deutschland ist es noch kritisch beobachtet, aber in den USA wird sehr Druck ausgeübt, auf unsere Regierung auch, dass man das als Kirche anerkennen soll. Hat überhaupt nichts mit christlichem Glauben zu tun. Ist eine reine Psycho- und UFO-Sekte. Es wird gelehrt, dass irgendwelche Geistwesen von fernen Planeten auf die Erde gekommen seien, dass diese Tetanen in uns wohnen würden, unseren Leib angenommen haben und auf ihre Befreiung warten, indem man dann clear wird, den Verstand klärt. Und lauter solche Dinge. Also es war ja ein Science-Fiction-Autor, Ron Haber. Der hat ja solche, wie Perry Roden, solche Romane geschrieben. Ja, ja, es ist wirklich so. Und die Leute glauben das. Ja, weil sie nicht an Gott glauben wollen, glauben sie an Science-Fiction-Gestalten. Es ist also unglaublich, aber leider wahr. Und sagt der Gotteswort, viele werden ihnen nachfolgen. Psychosekten. Scientology, Erhard Seminartraining, Aktionsanalytische Organisation und so weiter. Dann gibt es synkretistische Sekten, also religionsvermischende Sekten, wie die Vereinigungskirche Sanmium Mons. Er meint, er sei der wiedergekommene Christus und muss Massenhochzeiten veranstalten, um seine Geistkraft in diese Paare hinein zu impfen. Und ich will das nicht weiter ausführen, also ein falscher Messias. Dann die Bahai-Religion, besonders gefährlich, weil sie genau dem Zeitgeist entspricht, alle Religionen zusammenzuführen, der Bahai-Ismus. Ja, und Christus auch als einer unter vielen Religionsbegründern wird in dieses Pantheon eingeordnet, aller Religionsgestalten. Eine typische Mischreligion. Dann gibt es auch Politsekten auf dem NS- und kommunistischen Gebiet. Sogar esoterische Partei, esoterische Union ist schon mal aufgetreten und solche Sachen. Da spuckt so manches rum. Und dann auch die Neuoffenbarungs- und spiritistischen Sekten. Da sei genannt Fiat Lux, universelles Leben, geistige Loge Zürich und so weiter. Die sind alle durch spiritistische Medien begründet. Nicht Mädchen, sondern Medien. Also Leute, meistens Frauen, durch die Geister sprechen. Gabriele Wittig, Begründer des Heimholungswerks, jetzt universelles Leben, sagte eben, früher habe sie in spiritistischen Sitzungen da mitgemacht, da sei ja die Mutter und alles Mögliche erschienen. Und jetzt plötzlich hat dann Christus durch sie gesprochen. Und jetzt sammelt sie Anhänger. Christus, ja, Botschaften von Christus. Sei sie ja nicht die Einzige. Es gibt viele solche, die das behaupten. Aber Gottes Wort sagt uns ganz am Ende, ihr sollt nichts hinzufügen und nichts hinwegtun von dieser Offenbarung Gottes. Und wer das tut, dem werden die Plagen hinzugefügt, die in diesem Buch geschrieben stehen. Und wer etwas wegnimmt, dem wird sein Anteil am Baum des Lebens weggenommen. Eine ernsthafte Warnung, ja. Seien wir da wirklich nüchtern und wachsam. Dann gibt es satanistische Sekten und Kulte, das möchte ich nur erwähnen, grauenhafte Dinge, die ich hier nicht ausführen will. Dann gibt es New Age Sekten und Kulte, wo man den Wassermann verkündigt, Aquarius und den Maitreya Christus, der der Welt Frieden und Einheit und Harmonie bringt, sowie auch bei den Guru-Bewegungen immer dieser falsche Friede, dieses falsche Harmonieprinzip, das nichts mit der wirklichen Errettung zu tun hat, wo der Mensch in einen Trance-Zustand hineingelullt wird, wo er nicht mehr Wahrheit und Lüge unterscheiden kann, wo es noch über den Gefühlsweg dann geht, in das Wassermann-Zeitalter, ja, und die Menschen versklavt werden. Und ich muss auch nennen, das Thema meiner Doktorarbeit, Anthroposophie, Rudolf Steiner, Christengemeinschaft, damit haben wir mich acht Jahre beschäftigt in meiner Dissertation und kann nur sagen, Finger weg von all diesen Dingen, die damit zusammenhängen. Es ist eine hochokulte Strömung. Rudolf Steiner selber hat sich als hellseherisches Medium betätigt, obwohl er es anders bezeichnet. Der steht natürlich über allen anderen Hellsehern, aber dringt genau in diese Geisterwelten ein, wie auch Blavatsky bei den Theosophen, wo sie dann Geistwesen sehen, Atlantis- und Lemuria-Wesen in der Vergangenheit schauen konnten. Er konnte Christus sehen in seiner Erdenzeit durch das Pfingstereignis hindurch. Und all diese Ansprüche hat ein fünftes Evangelium verkündigt. Es gibt einen ganzen Vortragszyklus von ihm. Und Christus sei der Sonnengeist, der sich in den Leibern von zwei Jesusknaben verkörpert hätte. Der eine die Buddha-Strömung, der andere die Zarathustra-Strömung. Das ist alles Rudolf Steiner. Und davon kommen Waldorfschulen und Veletta-Medizin und all diese Dinge heute, die sehr populär sind. Aber es ist diese Quelle. Und wenn die Wurzel so faul ist, liebe Freunde, sollten wir, denke ich, die Finger von diesen Dingen weglassen. Ja, ihr merkt, wie das sie überhand nimmt. Ja, müsst nur mit Nachbarn reden, wisst ihr schon, er ist bei der Gruppe oder da oder ist da ein Anhänger oder Atheist. Ist genauso schlimm. Atheisten brauchen auch die Bekehrung natürlich. Aber wenn jemand schon in der Sekte ist, ist es manchmal noch schwieriger, dass die Leute wieder rauskommen, als wenn einer völlig ungläubig ist und merkt, dass er verloren ist. Ja, die meinen ja, sie haben schon was und haben doch nur Steine statt Brot. Geben wir ihnen doch das wahre Evangelium, das allein in der Heiligen Schrift zu finden ist. In aller Demut, auch unsere Erkenntnis ist Stückwerk, 1. Korinther 13. Aber die zentrale Heilsbotschaft ist deutlich. Das kann schon ein Kind verstehen in der Kinderstunde. Der Herr Jesus hat mich lieb. Er ist für meine Sünden gestorben. Er ist am Kreuz gehangen und verblutet, um meine Schulter zu tragen und abzubüßen. Und er ist siegreich von den Toten auferstanden, um ihr ewiges, erfülltes Leben zu schenken. Das ist die zentrale Botschaft, die auch die wirklich bibelgläubigen Kirchen und Gemeinschaften festhalten, auch bei manchen Unterschieden im Detail. Aber da, wo die Gemeinschaft da ist, da dürfen wir uns freuen über Brüder und Schwestern. Und da habe ich auch schon gesagt, was das Kriterium ist, wie ich es zusammenfassen möchte. Nämlich, jetzt die entscheidende Definition, und zwar ein langer Weg dorthin, ich habe natürlich auch schon die Sekten dargestellt, ein bisschen dabei. Die Definition, man kann aus christlicher Sicht, aus bibeltreuer Sicht, alle religiösen Gruppen als Sekten bezeichnen, die den Hauptlehren des Alten und Neuen Testaments widersprechen. Den Hauptlehren, jetzt nicht umschrittene Fragen, lassen wir weg, aber die Hauptlehren, die eindeutigen Hauptlehren des Alten und vor allem dann auch des Neuen Testaments, wenn sie diesen widersprechen, sind sie Sekten, Absonderungen von der biblischen Wahrheit, stehen im Widerspruch zur geoffenbarten Heilsbotschaft. Und sie haben dann stattdessen eigene Lehrsysteme entwickelt, haben zur Bibel etwas hinzugefügt oder lassen Entscheidendes weg. Und auch natürlich die Lebenspraxis, wollen wir nicht außer Acht lassen. Das kann jemand sich als bibeltreuer bezeichnen und ein völlig unbiblisches Leben führen. Das gehört immer zusammen, rechte Lehre und rechtes Leben. Orthodoxy, Orthopraxy, um das mit griechischen Begriffen auszudrücken, das ist genauso wichtig, vielleicht noch wichtiger, denn man kann alles im Kopf haben, die rechte Erkenntnis, aber im Herzen fehlt es. Das ist ein trauriger Zustand. Auch die Gefahr beim Theologiestudium übrigens, ja. Ich habe das oft beobachtet, auch selber durchlebt, dass man ein Kopfwissen anhäufen kann, aber nicht im Herzen den Herrn Jesus lieb hat. Und das ist, da kann man dann und darf man beten, um neue Erfüllung mit der Liebe Jesu und dass wir ihn und unseren Nächsten lieben wie uns selbst. Nun also zur Bibel selber. Vorletzter Teil. Wie warnt uns die Bibel vor Sekten? Das möchte ich jetzt etwas kürzer machen. In Matthäus 7 und Matthäus 24 warnt der Herr Jesus uns und damals seine Jünger und auch uns heute vor falschen Christusen und falschen Propheten, die falsche Offenbarungen haben und beanspruchen und die sogar große Zeichen und Wunder tun. Matthäus 24, Vers 24. So dass sie, wenn sie könnten, selbst die Auserwählten verführen würden. Seien wir besonders wachsam. Es gibt auch im charismatischen Bereich heute mancherlei große Zeichen und Wunder, sogar Zeichen und Wundersucht. Wir sollen alle Geister prüfen, ob sie von Gott sind, denn es sind viele falsche Propheten ausgegangen in die Welt. Es gibt zum Beispiel, nach meiner Erkenntnis, ein eindeutiges Kriterium. Etwa nach Jesaja 28, Vers 13. Das möchten wir mal aufschlagen. Gerade wenn Hand aufgelegt wird und die Leute dann in solche Zustände kommen, gibt es zum Beispiel ein Kriterium in Jesaja 28, Vers 13, ob das vom Heiligen Geist ist oder nicht vom Heiligen Geist. Da lesen wir zum Beispiel an dieser Stelle, es gibt auch andere, über die falschen Propheten und die falschen Priester. Darum soll ihnen auch das Herrnwort also ergehen. Zafla-Zaf-Kafla-Kaf, Zafla-Zaf-Kafla-Kaf, hier ein wenig, da ein wenig, dass sie hingehen und zurückfallen, rücklingsfallen, zerbrechen, verstrickt und gefangen werden. Und wohin sind die Hescher, die Soldaten gefallen, als sie den Herrn Jesus gefangen nehmen wollten? Auch nach hinten, ja. Sie sind nach hinten gefallen. Das ist kein Zeichen des Segens gewesen, sondern des Gerichts. Genauso wie in Jesaja 28, Vers 13. Und ich warne davor, sich vorstelle, die Hände auflegen zu lassen. Davor warnt uns das Wort Gottes, wenn man sich nicht kennt, wenn man den Seelsorger nicht kennt. Und wenn das so wahllos geschieht in Massenveranstaltungen, dann fallen die um. Vielleicht habt ihr schon solche Bilder gesehen. Es gibt ja auch Filme darüber, wo dann das gezeigt wird. Auch kritisch zusammengestellt. Ich habe selber einen auf meiner Homepage, wo ich darauf hinweise, auf solche Filme. Und da ist es so, der Benny Hinn zum Beispiel mal einen Namen zu nennen, der wedelt nur mit dem Jäckchen und die Leute fallen reihenweise nach hinten. Auch bei Bonnke und anderen kann man das beobachten. Also ich sage, mein Empfinden mal dabei, mir wird es da unheimlich, wenn ich das sehe. Ich habe nicht den Eindruck, dass das vom Heiligen Geist ist. Ich sage es mal so frei. Weil hier die Leute in einen Trosse-Zustand kommen. Dann kommt auch eine Art Geplapper, was man dann als Zungenreden bezeichnet. Ich bin da vorsichtig jetzt mal. Wobei ich denke, dass das biblische Zungenreden ein Sprachenreden war zu Pfingsten, wo die Apostel in anderen Sprachen reden konnten, auf übernatürliche Weise. So wie wenn ich jetzt schon perfekt Russisch könnte. Ich lerne es gerade erst mühsam wieder neu, als neue Fremdsprache. Aber die haben es einfach gekonnt. Der Herr hat es ihnen geschenkt, um das Evangelium diesen zu bezeugen, die da waren. Also ich persönlich denke, es ist kein sinnloses Gestammel, sondern wirklich eine Sprache, die anderen zum Segen dienen kann. Das ist meine Erkenntnis. Gemäß Apostelgeschichte 2, auch in 1. Korinther 14, da wird übrigens gewarnt, man soll lieber, wie viele Worte verständlich reden? Zehn Worte, glaube ich. Verständlich als 10.000 in unverständlicher Sprache. Es ist ein viel größerer Segen, wenn die Gemeinde das versteht. Ich will es nicht völlig ausschließen, dass es heute noch geben kann. In Missionssituationen zum Beispiel, dass da plötzlich der Herr etwas schenken kann, so übernatürliches, natürlich. Aber wir sollen auch hier prüfen, aus welcher Quelle diese übernatürlichen Phänomene kommen. Und vor allem, wenn die Leute dann nach hinten fallen, in Trance-Zustand, nicht mehr wissen, was los ist, dann ist es, denke ich, gefährlich von diesen Warnungen her. Es gibt eine andere Stelle, die wichtig ist, um das besser zu verstehen. 1. Korinther 14 wird gesagt, wenn jemand überführt wird durch die verständliche prophetische Rede in 1. Korinther 14, dann wird er sich wohin neigen? Nach hinten oder vorne? Er wird auf sein Angesicht fallen und Buße tun. Ja, sich bewusst vor dem Herrn neigen und nicht so sich erschlagen lassen im Geist, wie es gesagt hat. Auf sein Angesicht fallen und Buße tun. Das ist, denke ich, ganz wichtig. Merkt euch mal diese zwei Stellen, zumindest. Jesaja 28, 13 und 1. Korinther 14. Ich glaube, es ist Vers 25. Können Sie mal schnell nachschlagen. Immer gut, wenn man es auch mal selber liest. Ja, Vers 25, also 24 lese ich zunächst. Wenn Sie aber alle weissagten, also verständliche Predigt ist damit gemeint, überführende Predigt, dass die von der Sünde überführt. Wenn Sie aber alle weissagten, Entschuldigung, nee, nee, jetzt habe ich es falschrum gesagt, Entschuldigung, zunächst mal die unverständliche und dann die verständliche Rede ist hier gemeint. Wenn Sie aber alle weissagten und es käme dann ein Ungläubiger oder Laie hinein, ich habe es doch richtig gesagt, ja, ich bin schon müde. Also, das Weissagen ist die verständliche Rede. Entschuldigung, wenn Sie aber alle weissagten und käme dann ein Ungläubiger oder Laie hinein, der würde von Ihnen allen gestraft und von allen gerichtet, von allen überführt, kann man auch übersetzen. Ich habe hier eine alte Übersetzung. Und also würde das Verborgene seines Herzens offenbar und er würde also fallen auf sein Angesicht. Und das Angesicht ist bekanntlich nicht hinten, sondern vorne. Ja, ganz klar. Es hat mal einer gesagt, ist doch egal in welche Richtung. Ich habe gesagt, nee, es ist ein geistliches Unterscheidungskriterium, das uns die Heilige Schrift gibt, um die Geister zu prüfen, ob sie von Gott sind oder nicht. Ja, er würde auf sein Angesicht fallen, Gott anbeten und bekennen, dass Gott wahrhaftig in euch sei. Und wenn wir die Bibel nämlich im Zusammenhang kennen und betrachten, dann werden wir nicht so leicht auf Verführung hereinfallen, sondern die Geister durchschauen können und prüfen können. 1. Johannes 4, Vers 1 prüft die Geister. Zeichen und Wunder. Das ist ein Kennzeichen, wo wir prüfen müssen. Es gibt Zeichen und Wunder, natürlich echte Zeichen, aber auch falsche Zeichen. Und da sind Kennzeichen vorhanden, um das zu prüfen. Auch wenn Geldmacherei verbunden ist, ist auch sein Kennzeichen. Ja, oft ist Geldmacherei verbunden bei falschen Propheten. Es gibt solche amerikanischen Fernsehsendungen, wo den Leuten stundenlang Kollektenpredigten gehalten werden. Es ist abstoßend für Menschen, die noch eine Unterscheidungsgabe haben. Aber viele haben das offensichtlich nicht mehr. Die sind dann überwältigt da von dieser Liebe und Atmosphäre und können nicht mehr unterscheiden, dass hier ein Scharlatan am Werk ist, der ihnen das Geld aus der Tasche zieht. Man weiß von manchen solchen Heilungspredigern, dass da so Gebetskärtchen eingesammelt wurden mit Geldscheinen. Die Gebetskärtchen wurden sofort weggeschmissen, die Geldscheine wurden schön aufgehoben. Da haben wir also schon von Augenzeugen gehört, solche Dinge. Es ist sehr traurig, wenn solche Dinge passieren. Und es gibt auch Schande für das Reich Gottes, weil das ja von der Welt alles in einen Topf geworfen wird. An sich müssten echte Christen solchen Leuten auf die Finger klopfen und sagen, so geht es nicht weiter. In Philipper 3, Vers 18 ist die Rede von Feinden des Kreuzes Christi. Damit ist gemeint, dass man Jesu Sühnetod ablehnt. So wie es etwa Theologen getan haben, muss man auch mal nennen, Rudolf Bultmann, der mit dem Sühnetod Jesu nichts anfangen konnte. Es sei alles ein Mythos. Es wird jetzt behauptet von Edda Lindemann, sie hätte Informationen, er hätte sie noch auf dem Sterbebeet bekehrt. Ich würde es ihm wünschen, er würde mich freuen drüber. Aber in seinen über 90 Lebensjahren hat er sehr viele verführt. Auch andere Theologen, die ihm bis heute nachfolgen. Feinde des Kreuzes Christi, der Auferstehung Christi auch. In 2. Korinther 11, Vers 12 bis 15 warnt Gottes Wort die Gemeinde davor, dass Satan sich tarnt, sich verstellt, sich verkleidet als Engel des Lichts. So raffiniert. Da muss man wirklich aufpassen. Da gehört Unterscheidungsgabe dazu.